Ich habe das gute Sachen, Mann. Ein gestohlenes Steinscheu-Saal. Dafür müsst ihr dann die komplette World Quest machen, den Endmob töten und dann um das Haus laufen, neben dem ihr den Endmob getötet habt. Dahinter steht ein NPC, mit diesem redet ihr dann und dann bekommt ihr euer Pet. Bedenkt, dass die World Quest immer nur 24 Stunden da ist und der Zyklus der World Quest in Shadowlands etwas anders ist. Also ich habe die World Quest jetzt noch nicht fertig gemacht, aber der steht halt da. Achso, ich muss es doch fertig machen. Und die World Quest ist jetzt mal eben fertig und dann sollte der Dude, mit dem ich gerade geredet habe, mir mein Pet geben. Also weglaufen. Weltfest ist fertig. Und jetzt kriege ich mein Pet. Ja, habe ich. Da ist es. Boom. Das Pet, was ich schon so lange hätte haben können, ist jetzt einfach da, weil ich einfach mal... ...dann gedacht habe, die Welt Quest zu machen. Nice. Easy play. Viel Spaß dabei, ein neues Pet zu entdecken. Eure Troll-Elfe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.